Die Firma BWS, kurzstehend für Bautauchen und Wasserbau Sauerland GmbH, ist ein mittelständisches Unternehmen ansässig im Hochsauerlandkreis. Weitestgehend erstreckt sich unser Leistungsportfolio in der Erbringung von Unterwasserarbeiten und Baudienstleistungen im Inshore-Bereich. In der typischen Bautaucherei umfasst unser Leistungsportfolio dann das Durchführen von Sorg- und Spülarbeiten, den Einbau von Unterwasserbeton inklusive der erforderlichen Vor- und Nachbereitungsarbeiten, Bauwerksinspektion, Videoinspektion und als Königsklasse natürlich auch die Unterwasserschweiß- und Schneidgrenn-Arbeit. Untertitelung des ZDF, 2020